Silvia Bollny in türkische Klinik gebracht, Ärzte finden Beweis für einen Hirnschlag. Hückelhofen, Türkei, was fehlt Silvia Bollny, 59? Diese Frage treibt die Fans der Elffachmutter schon seit vielen Monaten um. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu ihrem Gesundheitszustand. In der aktuellen Folge von Die Bollny liegt die 59-Jährige abgekämpft auf der Couch und klagt über einen immensen Druck im Kopf. Ihre Kinder machen sich bereits große Sorgen. Tochter Sarafina, 29, erkennt sofort, das ist doch nicht normal. Ein Krankenhaus möchte Silvia zunächst nicht aufsuchen, aus Angst vor einer schlimmen Diagnose. Das Familienoberhaupt würde lieber nur in die Apotheke gehen und sich dort mit Medikamenten versorgen. Als die Schmerzen jedoch unerträglich werden, bringen ihre Kinder sie schließlich in eine Klinik in der türkischen Stadt Mänagat, die in unmittelbarer Nähe zu ihrem Zweitwohnsitz in der Urlaubsregion Ilika gelegen ist. Silvia Bollny in türkische Klinik gebracht, Ärzte finden Beweis für einen Hirnschlag. Hückelhofen, Türkei, was fehlt Silvia Bollny, 59? Diese Frage treibt die Fans der Elffachmutter schon seit vielen Monaten um. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu ihrem Gesundheitszustand. In der aktuellen Folge von Die Bollny liegt die 59-Jährige abgekämpft auf der Couch und klagt über einen immensen Druck im Kopf. Ihre Kinder machen sich bereits große Sorgen. Tochter Sarafina, 29, erkennt sofort, das ist doch nicht normal. Ein Krankenhaus möchte Silvia zunächst nicht aufsuchen, aus Angst vor einer schlimmen Diagnose. Das Familienoberhaupt würde lieber nur in die Apotheke gehen und sich dort mit Medikamenten versorgen. Als die Schmerzen jedoch unerträglich werden, bringen ihre Kinder sie schließlich in eine Klinik in der türkischen Stadt Mänagat, die in unmittelbarer Nähe zu ihrem Zweitwohnsitz in der Urlaubsregion Ilika gelegen ist. Untertitelung des Zweitwohnsitz in der Türkei